Ich kenne zwei MGS, die haben tollen Nerv. Verändere die Spielregeln. Ich bin Gehäcker. Und auch keine Mutter. Nicht? Nee. Der ist jetzt so laut, der kommt wieder an. Was investiert jetzt? Fünf Euro Mehrwert. Doch. Wie viel lacht? Du weißt, wer es nicht mehr so ist. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wo Hohes schweigt denn irgendwie ein Portemonnaie von mir ist. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.